Hallo alle zusammen und die nächste Errungenschaft in Sumeru befindet sich an der folgenden Stelle. Wir müssen einmal hierhin boarden und einfach nur hierhin laufen. Wir boarden mal rüber und ich zeige euch wie man dorthin kommt. Wir laufen als allererstes hier hoch und dann hier rum und hier hoch. Passt doch eure Energie auf, so dass sie nicht abstürzt. Katsuka wäre hier eigentlich ganz gut rum, damit man hier ein bisschen springen kann. Dann nicht runterrutscht, so wie ich. Also, dann klicken wir jetzt noch ein bisschen höher. Hier müsste die Kante einmal umgehen. So, dann hätten wir das. Jetzt ist es an der Kante hier entlang. Mit Katsuka brauchen wir das eigentlich gar nicht. Aber ich mache das extra oder. So, jetzt springen wir hier rüber. Und jetzt war einmal zu weit gesprungen. So, dann hier einfach nur hoch. Passt auf eure Energie auf, am besten auffüllen. Und hier jetzt komplett nach oben. So, wenn ihr hier oben seid, müsst ihr nur noch auf den Ast kommen. Mal Energie aufladen, rüber springen und auf den Ast drauf und jetzt hier hochlaufen. Und das wäre es schon gewesen. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.